Hallihallo! Ja, ich melde mich mal zu einem kurzen Video. Hier kommt eine Dame mit Brennholz in der Hand. Ja, warum das wohl? Heute ist die Noche San Juan und wir sind hier am Strand von Valencia unterwegs und es werden Lagerfeuer gemacht. Natürlich die Lagerfeuer der Noche de San Juan. Das ist die Johannisnacht. Hier ein Blick zum Strand von Valencia. Ganz schön was los und die Leute stehen an, um ihr Brennholz zu bekommen. Also da sind ewige Schlangen. Da kommen die Nächsten mit dem Holz in der Hand. Schaut euch das an, hier der Junge mit dem roten T-Shirt. Ja, das ist doch mal was. Brennholz wird verteilt für die Noche San Juan. Ist mal was Interessantes. Ja, ganz schön was los hier, sage ich euch. Und jetzt werde ich erstmal einen leckeren Tinto de Verano zu mir nehmen oder vielleicht sogar ein Agua de Valencia. Agua de Valencia ist ein Milchgetränk mit Wodka, Sekt und Orangensaft. Natürlich mit valencianischen Orangen. Also richtig, richtig lecker. Und Tinto de Verano ist ein junger Rotwein mit Gaseosa. Gaseosa ist eine Art Limonade, aber nicht so süß wie unser Sprite und 7-Up, was wir kennen. So, damit werden wir jetzt den Abend beginnen und wir hören uns dann bald wieder. Wie gesagt, viel Glück. Vielen Dank. V Suzich?"